Zu einer tatsächlichen Berichtigung hat sich die Frau Abgeordnete Martina Schenk gemeldet. Bitte, Frau Abgeordnete. Genau, aufpassen, Ohren spitzen und Ohren waschen, das wäre nicht schlecht. Eine tatsächliche Berichtigung, der Kollege Weniger hat vorhin in seiner Wortmeldung gesagt, ich würde ein liberaleres Waffenrecht fordern. Ich berichtige tatsächlich, ich fordere ein liberales Waffenrecht und nicht ein liberaleres Waffenrecht. Sinn erfassend Lesen wäre angebracht, auch bei Abgeordneten, lieber Kollege. Danke.